Ich habe nur eine Frage. Als Cap Hilfe brauchte, wärst du gekommen, wenn ich gefragt hätte? Das werden wir wohl nie erfahren. Aber hättest du gefragt, wärst du nie geschnappt worden. Ich habe Fehler gemacht. Und die Menschen, die ich am meisten liebe, zahlen dafür den Preis. Deinetwegen mussten wir fliehen. Wir fliehen immer noch. Dann los. Vielleicht brauchst du nur jemanden, der auf dich aufpasst. Einen Partner. Moment mal, sie hat Flügel gekriegt? Und Waffen. Für mich hattest du diese Technik nicht, nehme ich an. Doch, hatte ich. Ant-Man and the Wasp.